Ich mag die Verschiedenartigkeit der Tasteninstrumente. Jedes spielt sich anders, jedes klingt anders. Das macht es für mich als Musikerin sehr abwechslungsreich. Ich persönlich bevorzuge Instrumente mit leichtem Anschlag und einem klaren Ton, so dass ich gut auf den Instrumenten sprechen und sich der Klang im Raum entfalten kann. Mit sprechen meine ich, dem Zuhörer die Musik auf klare, verständliche Weise nahezubringen. Mein Name ist Cornelia Osterwald. Ich bin Dozentin für historische Tasteninstrumente und Konzertmusikerin. Häufig trete ich auch hier im Sommersaal auf. Der Sommersaal gehört zum Bach-Museum Leipzig. Das Museum ist dem Komponisten Johann Sebastian Bach gewidmet, der von 1723 bis zu seinem Tod 1750 hier in Leipzig lebte und arbeitete. Die Familie Bach war eng befreundet mit Familie Bose, das wahnreiche Kaufleute. Denen gehörte dieses Haus und sie haben diesen Raum hier extra eingerichtet zum Feiern von Festen. Säle wie diese eignen sich hervorragend für Kammermusik in kleineren Besetzungen. So konnten die Musiker auf der Galerie oberhalb der Decke wunderbar musizieren, währenddessen die Gäste hier unten feierten. Sehr wahrscheinlich hat auch Johann Sebastian Bach mit seiner Frau Anna Magdalena hier Musik gemacht. Anna Magdalena war eine sehr gute Sängerin. Johann Sebastian hat sie sicherlich auf einem der Tasteninstrumente begleitet. Tasteninstrumente sind Musikinstrumente, bei denen der Spieler eine Taste drückt und damit einen Mechanismus auslöst, der den eigentlichen Ton erzeugt. Der Spieler ist nicht direkt mit dem klangerzeugenden Element verbunden, er hat also keinen Einfluss mehr auf den Ton, wenn er die Taste einmal gedrückt hat. Johann Sebastian Bach hat sehr viel Musik für Tasteninstrumente komponiert. Zu seiner Zeit gab es aber noch kein Klavier, wie wir es heute kennen. Seine Musik wurde auf historischen Instrumenten aufgeführt. Die Instrumente hier im Sommersaal sind keine originalen historischen Instrumente. Tasteninstrumente aus dem 18. 19. Jahrhundert würden nach 200, 300 Jahren dem heutigen Konzertbetrieb nicht mehr standhalten, sie wären zu empfindlich. In den allermeisten Fällen spielt man auf Nachbauten historischer Vorbilder. Diese sind wiederum in Spielweise und Klang Einzelstücke. Drei dieser Instrumente möchte ich nun vorstellen.